hi moin moin youtube hallo community und dein light 2 freunde willkommen auf smarty let's play ich bin der smarty und begrüße euch zu den news der woche patch notes 1.2 seid heute auf pc verfügbar in diesem video alle wichtigen informationen ein kurzer einblick kurzer erster eindruck was kommt zu den konsolen auf die night 2 twitter account heißt es in den kommenden tagen rollt es auch auf den konsolen raus also gehen wir mal schnell durch in die wichtigsten punkte was hat sich verändert gibt es gute nachrichten und ja es gibt eine menge menge guter nachrichten aber auch zwei drei sachen die etwas überraschend sind aber gehen wir erstmal das positive durch alle fälle mit des loops schaut hier alle bekannten fehler mit des loops sind eliminiert das hören wir doch schon mal ganz gerne auch sind alle blockierungen in quests aufgehoben worden angeblich heißt es gab leute die haben festgestockt in irgendwelchen quests kamen da nicht weiter soll alles behoben sein und natürlich das allerwichtigste die koop korrekturen sind da die stabilitätsprobleme sollen behoben sein zahlreiche story fortschrittsblöcke behoben annehmen von einladungen die probleme sollen behoben sein und so weiter und sofort mehrere leistungseinbrüche behoben wir haben auch endlich hier gleitschirm und endhaken upgrades können korrekt für spiele angewendet werden diese während kooperativer sitzung erhalten haben da war ja auch ein problem ich hoffe damit wird der gleitschirm und endhaken problematik generell gelöst hatten wir ja schon einige probleme in der letzten zeit und wir haben hier noch wichtige kampf verbesserungen verbessertes beißverhalten während des tages der feind greift die spiele häufiger ein was die feindlichen begegnungen abwechslreicher macht ja hier soll dieses rollnick hier haben wir es ragdolls so nennt sich das soll endlich auch in daylight 2 funktionieren ragdolls rolling ich bin ein rollinger smarty nein also es geht hier darum für die die es nicht wissen ragdoll ist so eine berechnung wie das gegner die getroffen werden korrekt die npcs reagieren an den richtigen stellen und das war wohl in daylight 1 schon sehr lustig weil dann immer wieder unterschiedliche animationen entstanden sind und da haben daylight 1 fans das bemeckert und haben gesagt okay warum ist das denn bitte sehr nicht in zwei aber es scheint jetzt zu sein die reichweite der sinne von heulern wurden erhöht okay lasst uns mal mit dem problem anfangen noch eine höhere reichweite ach kommt leute die sind jetzt schon überall das kann doch jetzt bitte nicht euer ernst sein und lasst uns mal kurz über zwei drei dinge sprechen die mir aufgefallen sind in den patch notes die auch in der community jetzt schon spontan für einen kurzen shitstorm sorgen weil sie einfach sagen ist jetzt nicht euer ernst ich kann es euch ja selbst nicht zeigen also blende ich hier nur mal kurz ein fangen wir mit korrekt scham an für die die es wieder nicht wissen korrekt scham ist aus dem entwickler raum und ist die einzige möglichkeit gewesen bis jetzt waffen zu reparieren und das kostet auf einmal schrauben und zwar über 600 für einmal reparieren 600 schrauben und wir haben nur 999 ach komm bitte tecnen das kann jetzt nicht euer ernst sein auch der greifhaken das hochzieht an gebäuden soll nicht mehr gehen der trick mit dem brümstick mit dem fliegenden besen soll wohl zwar noch gehen und man hat ihn noch im inventar aber man muss mehr aufpassen da es eher zu abstürzen und todesfällen kommen kann aber die geschichte mit korrekt scham tecnen bitte für die die jetzt gerade zum ersten mal einschalten die einleit zwei vielleicht nicht kennen das ist ein kleiner talisman den man im entwickler raum nach einer langen strecke mühsamer arbeit erreicht und wirklich die einzige möglichkeit dinge zu reparieren ich sag mal so hätten wir 9000 schrauben oder 10.000 schrauben würde ich vielleicht jetzt nicht sagen aber zwei dritte all meiner schrauben für einmal eine waffen reparatur wo man schon keine waffen reparieren kann ihr merkt ich reg mich ein bisschen auf aber bitte lasst uns weitermachen die ui verbesserungen gehen wir weiter die survivor sensor funktioniert jetzt korrekt und kann ohne cooldowns ausgelöst werden gab es da cooldowns das könnte einiges erklären das habe ich nicht gewusst anzeigen wurden verbessert dynamische einstellungen in der neuen standard einstellungen blende die leiste aus wenn der spieler bei 100 prozent gesundheit ist okay da haben wir viele kleine verbesserungen da hoffe ich auch mal dass die tages und nacht zeit jetzt richtig läuft weil da hatten auch einige bugs verbesserung sehen wir es denn irgendwo habe ich irgendwo hier ich sehe es jetzt gerade nicht verbesserung aber im letzten boss kampf dann haben wir outro verbesserung balance optimierung es sind höher hängige bögen jetzt bei händlern auf der ganzen welt leichter erhältlich und chargers sind jetzt leichter und banschies sind jetzt leichter in den infizierten horden während der nacht zu entdecken wir haben technische verbesserungen das wird mit sicherheit aber jetzt erst mal in erster linie den pc betreffen da wird es sicherlich in dem bereich angepasste dinge geben für playstation 4 playstation 5 xbox one x und die series versionen wir haben ein brutalitäts paket brutalität haben wir hier schon genug aber was haben wir denn da verbesserte bluteffekte ein toter feind ist jetzt interaktiv reagiert genau auf schläge und verletzungen also auch hier überarbeitetes audio oh ja da hatten wir auch noch ein thema hatten wir das denn unter bug fixes schon drin weiter oben fehlerbehebung das ist getrennt im englischen original können wir mal reingucken ob es hier noch ein bisschen anders erklärt wird und ob wir es hier noch ein bisschen mehr auf die schnelle sehen aber ich pack auch beide links die ihr hier gerade seht in die beschreibung des videos rein und damit euch auch erstmal grundsätzlich ein bisschen informiert und eine gewisse vorfreude zu haben dass denn endlich ich weiß so viele können die quest nicht weiterspielen und stacken da irgendwo ich drücke euch so die daumen nein mehr sehe ich jetzt hier leider gerade nicht die effekte habe ich euch gezeigt alles wichtig erklärt lasst uns freuen lasst uns gucken aber ich bleibe dabei dass sie hier den kletterhaken da die möglichkeit hochzuklettern weggenommen haben finde ich schade dass mit korrigscham ist tut mir leid ein witz der rest wurde dringend zeit tackland ist wirklich nicht perfekt für euch gelaufen jetzt kommt noch bitte mit einem vernünftigen next gen old gen crossplay das müsste noch ein minimum sein in meiner erwartungshaltung und dann könnt ihr gerne dlcs packen dann bezahle ich auch gerne für den dlc ich bin ja nichtmals böse dass ihr kein crossplay mit anderen konsolensystemen pc erlaubt kann ich mit leben aber dass ich mit meinen freunden ps4 ps5 xbox one xbox series nicht zusammenspielen kann da habt ihr es echt entschuldigt verkackt und dementsprechend daumen drücken dass das noch kommt ansonsten gutes zeichen es läuft weiter das angekündigte patch ist da ich bedanke mich wieder fürs einschalten ich bin raus lang genug geredet über die wichtigsten sachen hier in dem sinne alles liebe alles gute an euch da draußen like und abo wäre wie immer toll das war smarty let's play ich bin und bleibt der smarty ich bin raus alles liebe alles gute man hört und sieht sich tschüss tschüss